Joho, herzlich willkommen zurück zur letzten Mainstream Happy Wheels. Ich hätte euch ja gerne mal wieder die Charakteranimation gegönnt, aber das 100.000 Billiarden, Trilliarden, Billionen Jahre, das ist nicht untertrieben, gedauert hat, bis da endlich mal die Level geladen sind, da habe ich das dann einfach, ich habe da, ja. Green Hunter X ist das nächste Level, was wir uns vornehmen wollen. Ich bin gespannt, es hat ein recht hohes Rating. Bis jetzt habe ich tatsächlich schon so eine Art klaren Favoriten, wer gewinnen könnte. Vielleicht wissen es ein paar Leute auch schon, was es sein könnte, aber ich bin mal gespannt, was da auf uns zukommt. Green Hunter X, das ist sein erstes Level. Naja, dann mal frisch, fröhlich ins Sterben. Sorry, there was a problem loading the level. Please wait a moment and then try again. Yeah, why not? And now? Oh, Moment, das haben wir schon gespielt. Ja, ähm. Äh, sorry, ich bin dumm. The binding of honey, wrestle the opa. Oh, da brauche ich mich drauf. Das heißt, Isaac! Boom, meine allererste Map hat Spaß gemacht und gedauert, sie zu erstellen. Und ich hoffe, du, ja genau, du hast genauso viel Spaß beim Spielen der Map wie ich beim erstellen. Allen Contest-Teilnehmern viel Glück und viel Spaß. Also, Opa spielen, ja, ist klar, ich spiele Opa. Ja, mit mir, yay, Opa-Time. Ist ja so, ich so. Huch. Isaac? Isaac? Och, nee. Meine Arme, klar, oh, vor allem, fahr ich fast vom Rollstuhl, wäre ja schlecht, ne? Naja, gut, dann fahr ich halt mal weiter. Oh, Pilze. Cool, das ist ja dem schön nach dem Scheißhäufchen. Oh, ein zweites Scheißhäufchen. Oh, das ist ja eine coole Idee. Das ist so eine geile Map bis jetzt. Oh, oh, ich hab Angst, was ist das? Boss-Level? Oh, durch die Spikes, durch die Spikes. Au, au, au! Ey! Au! Au! Äh, was soll denn das? Oh, guck mal, ne Fliege. Oh, scheiße. Äh, au. Äh. Ich glaub, ich hab mich kaputt gemacht. Ich bin dir nicht ganz sicher, aber, ja, ja, passiert. Ja, Opa, das tut mir leid. Ähm, fahr jetzt ein bisschen zügiger durch. Ich war so fasziniert von dem Spiel da. Ah, war das Scheißhäufchen. Sehr, sehr geiles Level bisher. Echt sehr, aua. Sehr geiles Level. So, dann, dann kommt, uah, und dann wird es hier frei gemacht. Oh, wir haben den Goldraum nicht gekriegt, fragt das. Oh, my leg. Yeah, my leg and my arm and my head. Oh, guck mal, Feuer auspusten. Oh, wir kriegen einen Zahn. Yeah. Oh, was ist das denn? Äh. 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 Ach, Mist. Äh. Äh, falsch, Düsenantrieb. Äh. 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 What the fuck is this sick? Äh. Äh. Hatten wir unter den Steinen irgendwie drunter durchgemusst oder sowas? Oder kommen wir jetzt einfach wieder nicht drauf klar, wie man fliegt? Äh. Ich fahr nochmal zurück. Äh. Ich kann nicht fliegen. Es ist... Äh. Oh, oh. Nee. Was machst du, du blöde Pute? Äh. Ich bin keine blöde Pute. Ich bin... Jetzt hätte ich ihm fast wieder das Genick gebrochen. Äh. 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 Ich hab, ich, äh... Huuu, da zieht er, hui! Oh, das Herz roll da drüber. Ähm, I have no idea what I'm doing wrong right now. I'm absolutely stupid. I'm so sorry. Shit. Ähm, au, 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 aaaah! Voll durchs Genick durch. Aber sonst jetzt, au! Äh, so, wir haben das schon mal geschafft. Ist doch gut. Nächster Raum. Oh, Münzen. Yay, Geld! Oh, guck mal, da liegt dein Arm. Aua, aua! Au, 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 was ist das denn? Oh, ein Geschenk, Schatz, du. Oh, das ist aber toll. Was kann man jetzt hier? Ich find das so cool gemacht. Oh, oh, Bossraum, oder? Mami! Mami! Mami, nicht auf mich drauf, danke! Wow, wir haben die Mutter. Oh, oh, das könnte unangenehme Folgen. Schatz, cool. Also, okay, ähm, sehr geiles Level. Sehr, sehr geiles Level. Das hat bestimmt Arbeit gemacht und ich bin echt begeistert davon, muss ich sagen. Gefällt mir echt sehr, sehr, sehr gut. Okay, nächstes Level. Das war Skeleton Flake. Das ist echt Daumen hoch. Also, muss ich sagen, gefällt mir sehr. Wir Honey und Fans haben einen gleichnamigen YouTube-Account von Schattengarde. Schattengarde? Schade? Schat? Ja, irgendwas mit Wodka. Ja, so, spielen wir das Spiel. Oh, wir dürfen uns auswählen. Wie spielen wir denn wieder mal? Huhuhu. Uh, ein neuer Charakter, ein neuer Charakter. Huhuhu. Oh, es regnet. Ähm, Bitches. Ja, das passiert manchmal. Moment. Machen wir nochmal. Ah! Ich hab das Gefühl, das sind Assassinen-Bitches. Oh, kann man mit der... Ich glaub, das ist nicht der richtige Charakter. Aber ich freu mich schon sehr, die mal in einer anderen Lab auszuprobieren. Wie nennen wir sie denn? Hm, es könnte Inges Tochter sein, ne? Ja, das ist meine Kleine und das ist meine Enkel-Kinder-Schin. Der Boris und die Borine. Und meine Tochter, das ist die Chantal. Echt? Chantal? Ja. Chantal Jacqueline ist ein Doppelname. Das ist richtig, richtig toller Doppelname. Aber verstehst du? Ja. Ich verstehe schon. Ähm. Also da ist... Also die Jacqueline Chantal und Boris und Borine. Okay, merken wir uns. Ähm, wir könnten aber jetzt doch mal wieder mit Günther spielen. Guten Tag, ehrlich. Aber... Was macht ihr denn dort? Ihr dummen Elfenviecher. Ich will das Schwert da hinten. Ich will dort... Was? Zelda gehört mir? Was soll denn das? Ist das da gerne ein Dorf oder was? Oh nein. Ach, es ist Link. Hallo, Link. Schüss, Link. Oh, guck mal, Ananasbäumchen. You'll die? Oh, ne, ich glaub nicht. Guck mal hier. Melonenbäume. Link kann reden. Was ist denn das da für? Was ist das denn hier? Das ist eine Zelda-Map. Oh, verdammt. Moment, ich muss Anlauf nehmen. Und so, jetzt fliege ich hier langsam in den... Hallo, Luigi. Ach, das ist ja cool. It's a me, Luigi. Was, Zwenke? Ohne Mario Goomba doof. Ohne Mario Koopa doof. Was passiert? Wie komme ich denn alles zurück? Jetzt da hoch. Schreie. Ohne Mario Bowser doof. Alles doof. Was ist hier? Ist hier die Nintendo-Welt außer Kontrolle geraten? Halt. Ich will da jetzt... Oh. Ich dachte, ich krieg vielleicht ne Münze, wenn ich gegen die Box springe. Nein, du kriegst keine Münze, der dämliche dumme Kugel. Guck mal, ich bin explodiert. Ach, ich respawn ja wieder. Ach, scheiße. Dieser dämlichen Assassinenfischer. Ja, es sind Assassinen-Bitches, Farben. Muss schnell weg. Ja, ja, ja. Oh, jetzt hab ich mir wieder das Bein abgeknickt oder sowas Blödes. Naja, das nähe ich wieder dran. Meine Frau näht mir das wieder dran. Das ist... Oh, hallo, Luigi. It's me, Luigi. Mario. Mario. Luigi number one. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Moment, ich komme mit dem Kübra rücken. Ich schwebe regelrecht. Guck mich an. Ich bin eine Blümenfee. Ich kann schweben. Oh, scheiße. So, jetzt hab ich mir auch das andere kaputt gemacht. Ich mach mir alles kaputt. Du machst alles kaputt. Hallo, Peach. Du machst alles kaputt. Du dämlich. Guck mal, ich kann nicht mehr richtig fliegen, wenn du das nicht überall kriegst. Ja, sehr gut, Günther. Disse mich noch mehr und ich fäll dich. Nee, du fällst mich nicht. Ich bin einer der beliebtesten Bäume. Guck mal. Samus, Aran. Hallo, Samus. Oh, Metroid as a M. Mein absolutes Lieblingsspiel. Oh, das ist... Oh, hi. Alles gut. Das geht ihm gut. Das geht ihm gut. Das geht ihm gut. Oh, hallo, Wolke. Lakito. Oh, oh, stimmt. Langsam. Was ist hier? Was ist das? Das ist da. Oh. Das war ein... Oh. Der Günther fliegt. Der fliegt. Der Orts fällt. Der Günther... Jetzt hat der Günther sich den Köp abgeknickt. Das ist nicht so schlimm. Gleich geht es dem Günther wieder besser, wenn er in Englisch endgültig ausgeblütet hat. Das war eine lustige Nintendo-Map. Finde ich gut. Hat mir gefallen. War ein bisschen, natürlich ein bisschen schwierig, weil man jetzt nicht so gut im Anführungsstrichen zeichnen ist oder mit diesen Werkzeugen von Happy Wheels umgehen kann. Ich werde auch mal irgendwann eine Happy Wheels-Map machen. Ich weiß noch nicht wann, aber irgendwann werde ich auch mal eine machen für euch. Mal gucken. Fand ich nicht schlecht. Gefiel mir gut. Also von The Binding of Isaac... The Binding of Honey. Rests of the Opa. Das ist echt gut. Also der gebe ich jetzt definitiv ja auch mal vier Sterne. Casting, you vote. Oder Casting, you voted. The new rating is 3.11. Awesome shit. Bis zum nächsten Mal.